Wir sind hier auf einer Baustelle, da werden Hochhäuser gebaut in Dübendorf und wir sind eine Kranaufstockung von drei Baukranen am Machen. Wir haben uns für den AC 7 450 von Tadano entschieden, unser neuestes Stück im Fuhrpark und es hat sich herausgestellt, dass durch die kompakte Bauweise, die sehr kompakte Abstützgröße, die sehr gut auf die Tiefgarage, auf den Stützenraster gepasst hat, dass wir mit dieser Maschine eigentlich das richtige Gerät gefunden haben. Wir stehen hier mit 70 Tonnen Ballast, mit SSL 60 Grad abgespannt und mit 42 Meter Wippe. Also bis jetzt ist er zu bester Zufriedenheit abgelaufen, die Maschine macht perfekt mit, wie gesagt Wetter, Windverhältnisse, alles perfekt, so dass wir sehr gut vorankommen. Das ist der erste AC 7 450, der in der Schweiz in Betrieb genommen wurde und wir sind natürlich stolz, dass wir dieses Gerät benützen dürfen und die Arbeit absolvieren können mit dem. Also das Surround View ist ein sehr praktisches Tool, das wir in diesem allerersten Kran, den wir haben, drin zur Verfügung steht und es ist für den Kranfahrer eine große Erleichterung, wenn er so einen Rundumblick hat, wenn er sieht wo die Stützen ungefähr hinkommen, wie das mit dem Schwenkradius ist, das ist eine sehr gute Machenschaft, die sie da erfunden haben. Als wir da kamen, waren hier noch Palette jenste und da hattest du gerade den Überblick, wo was steht. Du konntest eigentlich ohne zweite Person an den richtigen Standort selbstständig fahren, ja. Das ist schon eine gute, eine Erleichterung, ja.